Dieses Video richtet sich nicht an die Privatperson, sondern dient lediglich zur Unterhaltung. Niemand sollte sich angegriffen oder verletzt fühlen. Vielen Dank für euer Verständnis. Ach, das Internet ist doch eine tolle Sache, nicht wahr? Nicht wahr? Jeder Mensch kann das Internet auf seine individuelle Weise benutzen und genießen. Hat mich verschluckt. Aber die Welt ist natürlich auch voller, sagen wir, einzigartiger Menschen. Und diese Leute schreiben sehr oft und gerne Kommentare unter meinen Videos. Und die schauen wir uns heute mal an. Sehr cooles Video. Macht echt Spaß. Wir lassen mal ein Abo da. Schau gerne auch mal bei uns vorbei. Habt ihr das ernsthaft unter meinem ersten Video geschrieben? Man sollte sich einen Teil des Videos schon ansehen, um erfolgreich Abonnenten dazu zu gewinnen. Ich gebe zum Beispiel immer Verbesserungsvorschläge. Puh, das kann ja nur toll werden. Endlich benutzt du WorldEdit. Ja, hab's mir mal runtergeladen. Das ist by the way der Co. Hat mal ein paar Videos mit dem gemacht. Ist aber irgendwie nix draus geworden. Kann ich dir eigentlich bei deiner Stadt helfen? Schon wieder, du. Naja, ich mach die Stadt über Twitch. Keine Ahnung, wie ich da einen Server mache. Außerdem gab es noch Stratereien zwischen uns. Kann man auch YouTube-Kommentare schreiben? Meinst du das, was du gerade tust? Mit dem Hashtag? Schau dir das Video am besten nochmal an. Du hast bald 4000 Aufrufe. Japp, das ist echt krass, wie es momentan läuft. Danke dafür. Warte, da geht's ja noch weiter. Leel. Oh, größte Zeit wahrscheinlich nur meines Lebens. Mhm. Täglich. Ich dachte, du willst nur ein Video am Tag hochladen. Da hat jemand das Konzept von Täglichkeit nicht verstanden. Da geht's ja schon wieder weiter. Leel. Wow. Twitch ist meiner Meinung nach viel komplizierter als normal. So schwierig. Du musst dir den Launch herunterladen, das Spiel auswählen und die Mods auswählen, die du benutzen möchtest. Komplexität. Ich kann dir bei einem Video helfen, falls du Bock hast. Nein, danke. Das waren doch mal eine Menge Kommentare unter einem einzigen Video. Immerhin war's das, oder? Oder? Folgender Kommentar unter meinem Advanced Lightsabers Video. Replay Mod. Und schon wieder dieselbe Person. Ist nicht böse gemeint, wirklich. Im Folgenden erreichen wir den qualitativen Höhepunkt dieses Videos. Hey. Hey. Moin. Komplexität. Oh, der einzige Kommentar unter meinem Video-Vorschläge-Video. Fortnite. Äh, wie bitte? Okay, ich werde dir eine Bitte erhören. Du musst mal V-Works verschenken, so wie ich. Da freuen sich die Zuschauer. Also ich selber verschenke meistens so 50 Euro PSN-Gut-Haben pro Video. Man muss halt nur Kills machen. Das ist gut. Bro, hab dich erstmal abonniert und geliked. Bei mir bekommen dir halt die Zuschauer, wie gesagt, einfach so Geld. Ja. An diesem Kommentar ist so viel falsch. Ich soll was machen? Ich werde vielleicht mal beim 100-Abonnenten-Special mit dem Battle Pass oder sowas verschenken, aber mehr dann auch wieder nicht. Ich verdiene da kein Geld mit YouTube. Warte mal, der Typ hat 3000 Abonnenten? Ist dann ja klar, dass er Geld verdient. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.